44 ist glaube ich das beschissenste Feld, was es auf der Map gibt. Es ist zweigeteilt, da musst du aufpassen. Ist das das oder ist das Feld 41? Ja genau, ne, Feld 46 ist es. Feld 46 und 45. Da kommst du auf diesen zweiten Teil gar nicht so richtig hin. Genau, die beiden, da musst du aufpassen. Da haben viele schon, also ich und Tobi und ich weiß nicht ob Fanta auch Aufträge gemacht. Plötzlich ist das nicht beendet und dann erst irgendwann später gerafft, dass das zwei Teile hat dieses Feld. Dann holen wir uns nochmal die 2000. Frage, wenn ich das jetzt hier walze, obwohl ich hier schon die eine Wachstumsstufe hatte. Dauert das jetzt einen Monat länger? Ne. Ne? Also das ist, das ist egal. Das Walzen ist einfach nur, dass du danach einen besseren, noch einen besseren Ertrag dann raus bekommst für die, für die nächste, äh durch die nächste Ernte quasi. Er ist das natürlich. Sowohl die Dünne hat sich gefiltert war. So aber ich muss trotzdem gleich mal aufhören. Wieso? Also es hat jetzt schon wieder zum zweiten Mal, entweder bin ich doof oder mein, 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 meine monitore haben jetzt geblitzt so einmal alles ganz hell gemacht endlich schau ich jetzt auch mal ein fs stream mitzubekommen random mushroom danke schon das freut mich dass dich das freut glaube ich ist die richtige antwort ich laufe durch den baum wo ist denn der stamm so fetter baum fetter baum da ist noch ein bisschen weit weg schon wieder jetzt ist die frage das ist mein monitor das ist dein monitor flackert ich habe ich habe schon zweimal vorhin gedacht ich bin doof chat seht ihr das im stream bei mir so zweimal richtig so ganz und ganz schnell so ich sag mal eine halbe sekunde einmal richtig alles weiß und hell geworden und dann halt wieder aufgehören so dass man so das gefühl hätte man wird geblitzt halt was da los warum kommt ab ich bin stark genug hier sind groß wir sind keine denn wir sind die folgen stein wir sind kein wir haben ein rad an das geht ein rad ist aus ein ein rad ist aus egal getrotz hier müsste ich nochmal ein bisschen im boden geben im volk island auf mal gucken wir hier drei bäume schon wieder 25.000 das ist die frage ob ich das jetzt richtig gewachsen das stelle kommt schon noch ein bisschen noch ein bisschen hier fein das ist das cool an dieser brennholz station muss nicht entasten muss einfach den fetten stamm dahin ziehen ganz einfach ganz verkaufen egal mein holz geht immer so stammt meine finger sind schwarz das lernkrad fährt ab das ist das g27 das habe ich schon seit fast über fünf jahren also ist schon mal ein zweites aber das erste ist bei mir bei grand turismo 5 mehr habe ich einmal zu stark eingelenkt und dann hat's denn die 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 ach wie heißt die begrenzung habe ich so durchgeschlagen da war es nichts mehr wer ist im tag bei dir der batalo ist bei mir der sascha der streamt auch gerade und wir spielen hier auf der map zusammen das ist geil ich habe diesmal auf der map aber ich habe irgendwo da auch so ein so oder gemacht aber du bist ja gerade erst gekommen mach mal noch mal da kannst du dir noch mal vorbeischauen so und ich habe mich gerade um den baum gewickelt naja okay er ist schon ein bisschen opfer was das angeht aber er spielte schon sehr lange lass dir auch gerne follow da ja danke gerade eingetroffen könnt ihr auch wahrscheinlich mal an den wochenenden vielleicht mal sehen wenn ich nichts streame vielleicht stimmt er ja dann und ich dann nur halt irgendwas schnell mache weil von zu hause streame ich ja meistens nicht was dann trotzdem da passiert so ok jetzt bin ich aber richtig lust weil ich irgendwo gegen gefahren bin so baum weggesägt nicht dein ernst ach mach die ganze map kaputt komm wie ja so einer ach es war nur so ein kleiner push der muss weg hast du das jetzt zum spiel gesagt oder zu deiner freunde wooo ui und noch einer ich hoffe sie schläft und hört das nicht nö nö der ist gerade im bad aber das ist so frisch ah Fanta aber da muss ja auch passen kannst du ja sagen im bad das ist nur ein kleiner busch aber der muss weg die versteht das spaß die war ja auch gestern im mittag kurz im stream dabei über ihre arbeit übers handy geguckt aber ja also wochenende auf jeden fall stream ist halt weil wie gesagt ich mache mir halt schon die gedanken wenn es mit der arbeit irgendwie einerseits hätte ich den ups vielen für deinen vielen dank für deinen sap Fanta viel spaß damit jetzt geht es aber los hier jetzt sehen die haare schmieren Fanta alles gut sei wie du bist nein 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 ich habe hier ich habe noch einen anderen VIP das ist der Speedy und wenn der mit meiner Freundin im Chat unterwegs ist ich habe ja schon die werfen sich gerne mit Tomaten, Gurken und hast nicht gesehen und es gibt da so eine Funktion da kannst du die Webcam anmachen und jetzt mal wenn so ein so ein Obststück durch die Gegend fliegt kriegst du das quasi automatisch voll aufs Gesicht oh man ich bin echt ein schlechtes Streamer ich habe von dem ganzen Scheiß gar keine Ahnung ja das ja glaub mir ja aber ich muss ganz ehrlich es macht verbockt aber manchmal ist es auch wirklich zu viel wenn du einen Bildschirm hast also vor allem wenn es um so survival games geht da bin ich gerne mache ich sowieso das die Kamera die Cam aus weil vorher hatte ich einfach mal so eine Cam mit einer vom Overlay so eine vorgefertigte umrandung gehabt und weil ich halt auch bei mir einen Greenscreen benutze und deswegen brauche ich das gar nicht mehr ja manchmal sollte man schon auf die Tipps anderer hören mir wurde auch oft gesagt mach mal dein Gesicht aus dem Stream dann hast du vielleicht meinen Zuschauer ach das ist schwierig aber ich wollte da also ich bin ja in so einer Content Gruppe drin die ist der eine der eine wo sich wirklich mit dem YouTube Algorithmus da beschäftigt ja das heißt die gehen nicht nach Text und nicht nach der Videobeschreibung sondern wenn du auf deinem Bild quasi ein Gesicht abgebildet hat ja vergleich dir quasi das Bild mit alten Social Network der sozialen Netwerken und empfiehlt es dann quasi weiter also der hat mir das mal sehr spezifisch erklärt also das war schon hochinteressant aber an dem Abend sah sich das heißt wenn ich in Thumbnails oder auf dem Profil ne 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 auf den Thumbnails wenn ich auf den Thumbnails meinen Penis zeige dann dann vergleicht er das mit YouPorn und je mehr Viewer ich habe desto mehr Viewer kriege ich auf YouTube so könnte man den Algorithmus beschreiben ja alles klar und wenn ich Thumbs Penis nehme dann ist das noch viel besser ja da wird Viagraim voll also schlafft das Ding schon oh yes das will ich mich aber schäme aber weißt du ich habe auch Erdbeeren da kann ich auch Viagraim machen das wird das so uffällig ist halt nur rot ne Erdbeeren alles mal die Erdbeeren habe ich hier auch geguckt ich gebe dir 1000 Euro für eine Palette siehste Tomaten schmecken nur nach Wasser hier hast du mehr Süßlichkeit oh ne ich liebe Tomaten Tomaten super so okay ich mache jetzt Feierabend Chat ich parke mal ich werde da nämlich auch noch es tut mir leid wie sich Barthalow hier so benimmt aber der kommt halt aus einer Assi-Gegend voll Mann er müsste Benz-Barackett oder irgendwas was er gesagt ich verstehe ihn noch nicht wie man seinem Scheiß-Akt sein nein Quatsch ich sage immer nur ja und gut achso der ist hier auch noch am fahren ne nein der macht das hier mal fertig wo ist denn der ja weil ich werde dann auch noch mal einen kurzen Boxenstopp einlegen weil ich meine Freundin dann noch zum Bahnhof begleite ja das ist wichtig ne wir haben beim Bahnhof paar Idioten die sich nicht beherrschen können die gerne alle anpöbeln das habe ich passiert das hast du vor 10 Jahren 5 Jahren überhaupt nicht so gehabt ne ach doch da gehörte ich auch zu den Idioten glaube ich nein ich habe niemanden gepöbelt aber das kenne ich da wo ich aufgewachsen bin auch zu gut ich war immer ein braver da habe ich mal ein Fahrrad ins Gesicht bekommen Alter au ich so warum habe ich das Fahrrad genommen und äh auch zurückgeschossen Kampfdecke aber leider zu viert und dann bin ich mit dem blauen Auge nach Hause gekommen meine Mutter was passiert ey ich bin so blöd gefallen weil mir war das peinlich ach ja Auftrag noch abschließen sonst kriege ich kein Geld ne ja da da steht meine schöne Investition der Propeller Mann ach ja der bringt Geld ne ich habe auch schon mal überlegt ob ich mir so ein Propeller Ding mal hinstellen aber irgendwie wollte ich das mal ein bisschen anderes spielen denn wir haben ja vorher auf der Landkreis Rostock relativ lange gespielt mhm hä ich habe das gar nicht fertig gemacht oder was also du kriegst pro Tag 6388 aber vielleicht sagt äh ja auf jeden Fall ähm war das dann irgendwann langweilig einfach weil das mehr Geld immer automatisch reinkam als du verdienen musstest mhm das ist ja so wie mit meiner Bäckerei und das habe ich schon oh ne Quatsch schon wer ist ähm äh äh ja hat das dann irgendwie nicht mehr so gerockt oder Fanta genau ich gehe Schläfchen Fanta bist du noch da ja äh äh Überraschung man weiß nicht was da drin ist es könnte Eierlikör sein es könnte Bailey sein es könnte Marzipan sein und die gibt's zum Halbkreis ah die Berliner hm ja äh Fanta ich habe gestern zum Geburtstag habe ich habe ich habe ich die Logitech äh LS-Konsole bekommen also mit Lenkrad und so das ganze Set oh oh nein was soll das denn jetzt Fahrschule Fahrschule bei Pamela das Wetter ist neu wieso kippt denn ich glaube ich drück ich drück da mal da mag dich Anna nicht nein alles gut sie liebt mich sie weiß halt nur nicht dass das halt wohl nicht so gut sein aber mir reicht das klar ist das G29 da viel besser und so oh Gott aber ähm aber für mich reicht das vollkommen aus bei dieses ähm ich habe ja dieses Need for Speed äh Need for Speed Heat das läuft ja also für für das G27 kriegst du kein Profil mehr dafür die sagen ganz klar musst du ein neues Lenkrad holen obwohl das eigentlich nur von der Konfiguration was anderes ist und ich hatte mal einen gehabt der hat es äh ändern können dass quasi das G27 das Lenkrad ne zu dem aktuellen Need for Speed quasi da war aber ja das war dann doch leider nichts was ist denn mit der Palette da los ja ich glaube ich bin voll ja das ich habe schon gedacht wieso du so ein Quatsch redest aber okay das erklärt es ah der Kaffee macht mich nicht voll so oh meine erste Salatpalette ist fertig warum dauert die länger als als ja in der Meshroom vielen lieben Dank ich hatte tatsächlich gestern Geburtstag ach so gibt es eigentlich ein Clip wie mir heute ein Ständchen ist nein nein gibt es kein Clip ich weiß gar nicht darf ich das als als du darfst als du darfst als keine Ahnung als alles darfst du Clips erstellen so ah das habe ich schon jeder darf Clips bestellen ich kann auch ein Clip von dir erstellen so okay gut okay wir haben hier einiges wieder aufgeräumt die Tore sind zu der steht hier zwar draußen aber es passt wir müssen nichts düngen ähm die Produktion können wir schon wieder deaktivieren damit es keine Kosten macht Wasser ist da ah das müssen wir wieder Geld auf dem Konto so dass wir nicht direkt in die Insolvenz laufen ähm ach stimmt der Variable der Prostation Farming ist ja quasi variabel mit dem Düngermord quasi kogelt ach ich ich bin immer noch auf meinem Stand von meiner Karte weil wenn der Kalk raus äh Kalk raus holst dann ist immer so schnell leer Prostation Farming verhindert das quasi ach hätte auch daran denken sollen Rudi äh 40 Meter bleibst du jetzt noch halt das online oder hörst du auf äh die Leute zu dir ne ich mach ich hör auf ich werd kurz im Boxenstopp also neun Uhr bin ich dann nochmal da ok aber dann sag ich schon mal danke fürs Zusehen danke genau ich ich sag auch danke ich muss noch gucken wo ich euch wünsche ach ach das sind die die kommen mal ist Lisa ist online ich schicke euch zu Lisa so und ich sag dir mal bis später wiederhole bis später